Guten Morgen! Das 8 Uhr Mähen des Mähen ist ein schöner Tag mit deinem ganz normalen Tag von mir. Loh, bitte ich mal essen. Ich habe sogar in der Woche eine Schuhe schon ziemlich schön gemacht. Bei denen habe ich nicht gesehen, ich habe eine Küche geburzt, ich habe eine Flasche gemacht, ich war auch kaufeln und Lünen habe ich keine Zutaten gemacht. Weil ich mich spät mit schießt und einfach zwei Käse schmieren und einen Orang. Weil im Morgen hatte ich kein Obst mehr, weil ich ein echt frisches Heu hatte. Weil ich immer wieder gegenseitig war. Und dann habe ich mich um den Batsch gearbeitet. Ich habe immer noch Kerzen gemacht, wie das Böse mehr gemütlich ist. Ja, weil Heu möchte ich noch raus planen. Wie ich nicht ob ich erzählt habe. Weil mein Kuma fängt an ziemlich eitel zu gehen. Und ja, ab den Donnerstunden werde ich dann schon ganz viel machen. Und dann nächste Woche, also in einer Woche, komme ich dann mal ein Papa hin und dann werde ich immer alles machen. Ja, mir lohnt mich, ich will schon ein wenig Batsch gearbeitet. Weil ich schon mal in einer Reihe und ich bin mal ein wenig Prof. Und bis zu einer, muss noch ein bisschen, ab es geschehen. Hallo, hallo, das ist ein Aue und ich esse hier. Und ich sehe, ob es banal ist. Wie jetzt ist es immer wirklich krass banal. Erstens war ich zu faul. Zweitens probieren wir so viel wie möglich abzubrauchen. Ihr da ist Reisplönerin. Voilà. Tada. Mir ist der Weg. Nudeln und Käse bei Tomaten. Ja. Und dabei guck ein schöner YouTube-Video an. Andererseits sind ich mir schlimm und der Schreibtisch. Das ist nur gleich für eine Woche. Ich freue mich auf den Training. Dass es einfach schon bald einstallebar sind. Ich freue mich sehr auf den 21. Dezember, kürzten Tag vom Jahr an. Und du, du, noch geht es beim Stagbischob an Richtung Sommer. Ja. Ich habe auch mein Batsch gearbeitet und mein Freundin einen Text verpasst. Und da geht es. Lass ich ein Dauerlauf. Und du, noch ein bisschen Halligalli. Und dann haben wir Christfeuer beim ASV. Hallihallo. Heute ist es. Ähm. Ja. Ich bin heute nicht gefilmt vom Training. Ich habe schon ein Dauerlauf und ein bisschen so, ja. Verschiedene Übungen. Du bist entschuldig. Ich weiß nicht, dass heute mein Krafttraining für das Video war. Aber ein bisschen mehr Interessantes. Viel Spaß dabei. Ich freue mich noch nicht. han war couple Oh, oh Oh, oh So, ich stehe heute vom Krafttraining, das letzte Krafttraining heute beim ASV und das ist ein Kraftraum, ja, dann war ich drei Jahre heute, zu Köln, mit einem Kraftraum, das war ich doch schon mal ein Video, ich hoffe, dir hat es euch gefallen, einen kleinen Blick an mein Dach zu sehen, und dann sehen wir euch auch im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, ciao!